Oh, da hat mich gerade jemand angeschrieben. Ja, du bist voll der Safty-Fake. Danke. Gerne. Nein, das war richtig dumm von mir. Aber irgendwie auch nicht, weil sie ja Traitorin war. Aber ich dachte, Rex hat sich entnickt und war als... Das war so lost von mir. Aber warum tut denn auch niemand was? Das ist doch hier... Hier geht's rein. Komm. Komm, Affe. Ja. Okay, ja, nee, nee, nee. Einen floschen guten Tag wünsche ich euch. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft.ttt auf dem Minecraft.net-Server. Akkordeon19.7. Danke, dass du in der Runde bist. Da herrscht hier wie ein bisschen Ordnung, weil ich hier seit über zwei Stunden versuche aufzunehmen. Und die Leute random killen, was das Zeug hält. Hahaha, das ist so geil. Die beleidigen und schreiben richtig schöne Grüße in den Chat. Hallo, ich muss... Das kann ich erklären. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Selbst wenn ich das selbst machen würde, ich weiß nicht, was daran witzig sein soll. Also, ich verstehe wirklich den Sinn dahinter nicht. Und ich... Ah, jawohl. Der hat auch das Eisenschwert. Ganz fantastisch. Und was macht ihr heute Abend? Dicken Porno! Wo kommt... Hä? Wo kommt das her? Wir schmeißen da Holz... ...Schwert da rum. Und was macht er denn da unten? Ja, ähm... Ich glaube, ich setze mich ins Ausland ab, nachdem ich mal abgecheckt habe, was der Typ da unten macht. Okay. Oh, nein. Kommt, nein! Schnell! Haben wir? Haben wir auch? Oh! Die erste schöne Runde. Die erste schöne Runde. Danke. Ich entnick mich übrigens nach der Runde nicht, weil... Ich bin der coole Junge? Oh, da hat mich gerade jemand angeschrieben. Ja, du bist voll der Safty-Fake. Danke. Gerne. Och, wenn der wüsste, dass ich genickt bin. Wenn der wüsste, dass ich genickt bin. Quertig, wenn du das hier siehst, Grüße gehen raus. Oh, ich kenne ja auch Safty. Hab mit ihr mal, äh, gesprochen und so. Aber... Safix und Safty, das klingt doch schon etwas anders. Oh. Oh. Hä? Das macht doch gar keinen Sinn! Ja, ich weiß. AlexTV ist ein Ehrenmann. Der hat sich Vince dafür entschuldigt, dass er mich gekillt hat. Nicht so wie die anderen Affen. Die entschuldigen sich nämlich nicht. Hier kriegst du ein Bohnen und so. Wiedersehen. Kriegst du meinen Dreck? Gibt es hier eigentlich zwei Eisenschwerter auf dieser Map? Um in der Höhle vielleicht? Wenn ich... Oder wenn ich das jetzt nicht bekomme, gehe ich mal gucken. Okay, dann werde ich mal gucken gehen. Und was macht denn Benmicking hier? Schleißt du etwa den Detektiven auf? Dann schleiche ich dir auf. Belästigst du wie ihr Nachbarn? Guckt mal, ich drücke den Knopf. Ist das nicht toll? Hier. Okay, das auch nicht. Wollt ihr mal drücken? Hier, drück. Okay, Alex und 0. Down sind nicht. Inklusive mir nicht. Also, Benny oder Meisen. Drück mal Knopf. Ja, ich... Ja. Warum wusste ich schon, dass das ist? Haha. Du Loser. Tschüss. Bitte bring mich nicht um. Bitte bring mich nicht um. Bitte. Ich glaube, das hier gehört mir. Sag ich doch. Musste ich auch daran halten. Was ist das hier schon wieder? Okay, also Klecks. Das ist... Komm doch mal zurück. Komm doch mal zurück. Komm doch mal... Komm doch mal zurück. Sag ich doch. Seht ihr? Haha, Flower. Angearscht. Inkelberg. Moment mal. Was? Ich dachte... Oh ne, Moment. Das war ja richtig dumm von mir. Nein, das war richtig dumm von mir. Aber irgendwie auch nicht, weil sie ja Traitorin war. Aber ich dachte, Klecks hat sich entnickt und war als... Das war so lost von mir. Aber warum tut denn auch niemand was? Das ist doch hier... Also mal ganz im Ernst. Das ist doch die dümmste Truppe, die ich je gesehen habe. Der killt mich einfach vor jeden Augen und niemand macht was. Aber ich dachte mir... Flower hat sich gerade entnickt. Und zwar als Klecks genickt. Aber mir ist dann hier hinterher aufgefallen, dass Klecks ja ein einhändiger Spieler ist. Und dass er sich getauscht hat. Tja, war nicht so praktisch. Das ist die Wahrheit. Passiert in den besten Familien. Und nein, zu viele Top-Spieler drin. Jaha, da ist er, der richtige Gangster, der Undercover als... Wie heiß ich eigentlich? Suffix. Stimmt. Ich bin ja der Safty-Faker. Es wäre eigentlich mal an der Zeit herauszufinden, wo diese Ender-Chest hier auf der Map ist. Oder nicht? Doch, das wusste ich doch. Da war ich schon mal. Was macht ihr? Äh. Ja. Es wäre jetzt echt Zeit, mal in den Tester zu gehen. Glückwunsch. Sie haben den Test bestanden. Okay, und du nicht. Durchgefallen. Das gibt eine 6. Aber hochkant. So, was macht der hier? Der Affe. Der Affe. Der Affe. Ja, da geht's nicht rein. Aber das könnte man auch... Ja, hier geht's rein. Komm. Komm, Affe. Ja. 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 Ja, ne, 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 ne. Du bist... Du bist auch durchgefallen. Du bist auch durchgefallen. Also mal ganz im Ernst. Ich mach dir extra hier noch die Tür auf und dann kommst du mir so blöd. Also, ne. Da hab ich echt keinen Respekt mehr vor den Affen. Hä? Okay. Ja, stimmt echt. Stimmt echt. Stimmt echt. Okay. Ja, das war doch schöne Runde. Das war eine schöne Runde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute. Tschüss, tschüss, tschüss.